Hallo Dr. Filippi. Ja. Oh, hallo, hier ist Stefan Molyneux von Freedomain Radio. Wie geht es Ihnen, Herr Molyneux? Oh, mir geht es großartig. Recht vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen. Ja, selbstverständlich. Ich bin das Material, das Sie mir geschickt haben, mit enormem Interesse durchgegangen. Wenn nicht sogar mit direkter Faszination. Also nochmals vielen Dank. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir dieses Gespräch führen können. Entweder mache ich eine kurze Einleitung, bevor ich dieses Gespräch veröffentliche, in der ich einige wichtige Statistiken und Zahlen darstelle und wir sprechen jetzt mehr über die Schlussfolgerungen oder ich stelle Ihnen Fragen zu den Statistiken und Zahlen und Sie können diese und die Schlussfolgerungen daraus dann erläutern, wie es Ihnen recht ist. Machen wir es doch auf die erste Art, weil Sie kennen Ihre Zuhörer besser und was Sie erreichen wollen. Okay, wunderbar. Ich möchte Ihre Zeit nicht verschwenden mit den Daten, die in den Artikeln sind und die ich für meine Zuhörer leicht wiedergeben kann. Ich denke, bei den Schlussfolgerungen und der Bedeutung dessen, was Sie herausgefunden haben, wird Ihr intellektuelles Kapital am besten genutzt. Okay. Gibt es etwas, auf das Sie einen Schwerpunkt legen wollen oder über das Sie sprechen wollen, bevor wir anfangen? Nun, das alles hat nun schon eine lange Geschichte. Der Ursprung der ACE-Studie begann einerseits ungefähr 1990, andererseits reicht sie vielleicht noch einmal ungefähr 20 Jahre weiter zurück. Einfach basierend auf überraschenden Beobachtungen bei Patienten und in der ärztlichen Praxis, in der wir Menschen dabei halfen, Dinge zu erreichen, die üblicherweise als unanfechtbar gut und wundervoll angesehen wurden. Und wir stellten fest, dass die Patienten oft vor ihrem Erfolg flohen, Angstzustände hatten und so weiter. Die Auseinandersetzung mit diesen überraschenden Reaktionen, auf was wir als erfolgreiche Behandlung von Problemen ansahen, führte letztlich zu der ACE-Studie. Sicherlich war eine der ungewöhnlichen Ergebnisse der ACE-Studie, dass viele der Krankheiten, die wir als Probleme der öffentlichen Gesundheit betrachten, auch wirklich welche sind. Aber was möglicherweise noch wichtiger ist, dass sie auch unbewusste Lösungsversuche für persönliche Probleme sind, über die nie gesprochen wurde, die nie anerkannt wurden, die im Prinzip von der Zeit verschüttet und durch Scham und Geheimhaltung und durch soziale Tabus gegen das Erkunden bestimmter Bereiche menschlichen Erlebens noch tiefer versteckt wurden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Ein kurzes Schlaglicht dazu mag uns die Straßendroge Crystal Meth mit Amphetamin geben. So ziemlich jeder versteht, dass Crystal Meth ein ernsthaftes Problem für die öffentliche Gesundheit ist. Die dämonisierte Droge Crystal Meth. Nahezu niemand scheint sich zu erinnern, und das ist wirklich eine sehr interessante Erkenntnis, dass das erste verschreibungspflichtige Antidepressivum, das 1940 von Cibar Pharma auf den US-Markt gebracht wurde, Meth-Amphetamin war. Meth-Amphetamin war das meist verschriebene Antidepressivum in diesem Land für die nächsten 20 Jahre, bis zum Aufkommen der triebzyklischen Antidepressiva. Eines der Dinge, die sich mir wirklich aufdrängen, wenn ich ihre Arbeit und die anderer betrachte, ist das Ausmaß, in dem die gesundheitliche Dysfunktion oder Abhängigkeit von negativen Dingen wie Rauchen, Alkoholismus, Drogenmissbrauch, schlechte Ernährung, Essstörung oder hohe Promiskuität. Also das Ausmaß zudem, dass man das als eine Selbstmedikation für psychologische Traumata ansehen kann. Kann man das so sagen? Absolut richtig, ja. Das ist eine schöne Art, das auszudrücken. Ja, ich glaube, es gibt ein Zitat in einem ihrer Artikel. Es ist schwierig, genug von etwas zu bekommen, das fast funktioniert. Ja. Können Sie etwas mehr dazu sagen? Denn ich fand das faszinierend. In den frühen Jahren des Übergewichtskurses hatten wir wirklich keine Ahnung, was zum Teufel wir taten. Wir dachten, wir wüssten es, weil wir diese Methode des unterstützten, absoluten Fastens anwendeten, die es ermöglichte, das Gewicht einer Person ohne chirurgischen Eingriff um ungefähr 140 Kilogramm in einem Jahr zu reduzieren. Das ist sehr, sehr dramatisch zu beobachten. Die eindrucksvollen Ergebnisse führten uns, vielleicht nachvollziehbar, zu der Überzeugung, dass wir wüssten, was wir tun. Ich meine, mein Gott, schauen Sie sich die Ergebnisse an. Und dann hatten wir Patienten, die davor wegliefen oder die gelegentlich etwas dramatischeres taten, wie unkontrollierbar selbstmordgefährdet zu werden, als Resultat dieser enormen Gewichtsverluste. Es war eigentlich das Nachverfolgen der Frage, warum diese überraschenden Reaktionen auftraten, das uns zunächst in das Thema des sexuellen Kindesmissbrauchs stolpern ließ und dann allmählich zu den verwandten Themen des Aufwachsens in massiv dysfunktionalen Haushalten. Damals, als die Teilnehmer ein gewisses Maß an Erfolg hatten beim Abnehmkurs, schenkten wir ihnen Kaffeetassen mit dem Aufdruck, es ist schwierig, genug von etwas zu bekommen, das fast funktioniert. Wir dachten, es wäre ein netter Spruch. Doch offensichtlich weigerten wir uns, ihn vollständig zu verstehen, weil es noch einmal 10 Jahre dauerte, bis wir richtig verstanden, was wir da sagten. Und das gilt für Essen, es gilt genauso für Rauchen, für Konsum illegaler Drogen, für Alkohol, für Promiskuität und so weiter. Es war eine tiefe Einsicht, die wir offensichtlich auf eine primitive Art verstanden, die wir aber sicherlich nicht bewusst erkannten. Und eine der großen Schwierigkeiten war, dass die Ursachen so lange zurücklagen, wie sie sagten, das Durchschnittsalter der Leute in der Studie betrug 57 Jahre. Und daher denkt man nicht zuerst daran, die Frage zu stellen, was es ihnen passiert, als sie fünf Jahre alt waren. Weil es so lange her ist und der Körper sich auf eine Art völlig erneuert hat. Dennoch scheinen die Narben der Kindheitstraumata zu überdauern und weiter ihr negatives Werk zu tun. 50 Jahre, wie sie sagen, nachdem die Misshandlungen geschehen sein mögen. Das ist ziemlich schockierend. Nun habe ich ein paar Fragen. Die Anzahl von Menschen mit bedeutsamen Misshandlungserfahrungen in der Kindheit ist ziemlich schockierend. Aber ich schätze, man könnte die Annahme vertreten, dass, obwohl die Zahlen schon recht hoch erscheinen, diese Zahlen als Phänomen noch unterschätzen. Mir sind dazu drei Überlegungen eingefallen und ich würde Sie bitten, diese zu kommentieren. Die erste ist, dass es sich um Leute aus der Mittelschicht handelt, die eine richtig gute Krankenversicherung haben. Das war ihre Untersuchungsgruppe. Und daher auf eine Art könnten die Leute, die erheblichere Probleme hatten, im Sinn von hohen ACEs möglicherweise weniger in der Untersuchungsgruppe vertreten sein, weil sie es noch nicht einmal bis zu einem Lebensstandard der Mittelschicht geschafft haben mit Krankenversicherung und all den anderen Umständen. Sodass in ihrer Studie eher leistungsfähigere als weniger leistungsfähige Leute waren, schätze ich. Das Zweite ist, dass die Leute, die über ihre Traumatisierung sprechen, ganz allgemein unterrepräsentiert sind, weil man nicht gerne darüber spricht. Und das Dritte ist das Problem der Amnesie. Also, dass Leute sich tatsächlich nicht an Ereignisse erinnern können. Können Sie etwas dazu sagen? Nun, die Frage der Amnesie ist möglicherweise wichtig und interessant. Ich habe ihr im Arbeitsalltag niemals große Bedeutung beigemessen und hatte eher hauptsächlich die Vorstellung, dass Amnesie ein dramaturgisches Element von Hollywoodfilmen aus den frühen 40er Jahren ist. Ungefähr 1985 sprach ich mit einer Frau im Übergewichtskurs und ich erfragte die Lebensgeschichte Jahr um Jahr. Also, wie viel wogen Sie, als Sie geboren wurden? Wie war es im Kindergarten, in der sechsten Klasse und so weiter? Und wenn Sie sich erinnern können, waren Sie das dickste Kind in der Klasse, das dünnste oder hatten Sie normales Gewicht? Und so weiter. Wir kommen zu Ihrem 23. Lebensjahr und sie erzählt mir, dass sie mit 23 vergewaltigt wurde und im nächsten Jahr 48 Kilo zunahm. Daraufhin starrte sie auf den Teppich und murmelte laut, übergewichtig wird übersehen und so muss ich sein. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte und sagte nichts. Wir beendeten unser Gespräch und einige Wochen später, als sie 16 Kilo verloren hatte, verschwindet sie plötzlich für zweieinhalb Jahre, taucht wieder auf, natürlich mit dem alten Gewicht. Interessanterweise hatte sie keine Erinnerung an unser Gespräch und ich, hier 24 Jahre später, kann mich deutlich an das Muster des Teppichs erinnern, auf den sie starrte, als sie diese denkwürdigen Worte sprach. Das Interessante war, zweieinhalb Jahre später hat sie keine Erinnerung an unser Gespräch. Und das veranlasste mich, mich mit dem Thema Amnesie zu beschäftigen. Und so untersuchten wir 300 Patienten im Übergewichtskurs und siehe da, rund 12% von ihnen haben keine Erinnerung an Zeiträume ihres Lebens, typischerweise unmittelbar bevor die Gewichtszunahme begann. Ich meine keine völlige Amnesie, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern zwischen meinem 10. und 13. Lebensjahr erinnern, Herr Doktor. Ich weiß nicht warum, es ist einfach nichts da, etwas in der Art. Und das war eine echte Überraschung und das stützt natürlich die Argumente, die sie vorgebracht haben. Die Zahlen sind wahrscheinlich schlimmer als das, was wir herausgefunden haben. Sicherlich wird niemand erwarten, dass sie besser wären, wenn wir Menschen untersuchen, die auf der Straße leben oder im Gefängnis oder die aus einer zerstörten Kultur kommen oder einer Kriegszone. Ja, denn ich meine, die Mehrheit der Menschen hat mindestens ein negatives ACE. Und ich schätze, wenn sie das auf eine breitere Stichprobe ausdehnen, als ihnen zur Verfügung stand, müssten die Zahlen höher sein, weil sie die ökonomischen Stufen weiterhin abgehen würden. Ich will damit nicht sagen, dass es eine absolute Korrelation zwischen dysfunktionalen Haushalten und ökonomischer Armut gibt, aber sicherlich gibt es zwischen diesen beiden eine Verbindung. Sie sprechen einen sehr wichtigen und interessanten Punkt an und er trifft vielleicht nicht universell auf der ganzen Welt zu, weil man beachten muss, dass in anderen Kulturen Armut mit Hunger zusammenhängt, während sie hierzulande mit Übergewicht zusammenhängt. Aber in den USA wird Armut allgemein als eine Ursache für alles Mögliche angesehen. Ich werde den Teufel tun und argumentieren, dass Armut für irgendjemanden gut ist, aber was wir herausgefunden haben ist, dass Armut sehr oft ganz klar ein Endergebnis ist, das selbst verursacht wurde. Ja, und eine der Informationen, die mir auffielen, war das Ausmaß, in dem das Anwachsen von ACEs korreliert mit dem Anwachsen von negativen Bewertungen der Arbeitsleistung und mit Problemen an der Arbeitsstelle, was sich als negativ auf die Möglichkeit auswirkt, Geld zu verdienen. Genau. Okay. Ich war auch sehr interessiert an der Tatsache, dass Frauen eine 50 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit als Männer haben, fünf oder mehr ACEs zu haben. Denken Sie, dass das auf ehrlichere Selbstberichte zurückgeht oder weniger Amnesie? Oder denken Sie, dass es sich um eine tatsächliche Zunahme der Misshandlungen handelt? Ich glaube, dass es um eine wirkliche Zunahme der Misshandlungen geht. Ich meine, Frauen sind im Allgemeinen gefährdeter. Sie werden zu einem gewissen Grad dazu erzogen, gefährdeter zu sein. Sie haben ein größeres Risiko, das Opfer sexuellen Missbrauchs zu werden. Und so weiter. Okay, ja. Und das ist natürlich besonders tragisch, wenn es so weit ist, dass diese Frauen Mütter werden. So schließt sich der Kreis. Völlig richtig. Nun, Sie haben auch einen Satz in Ihren Artikeln, die Sie mir gegeben haben, der mich nachdenklich stimmte. Wir denken gewöhnlich, dass wir eine grundsätzliche Zunahme der Qualität des Elternverhaltens über die Zeit haben. Und über eines, auf das Sie hingewiesen haben, würde ich gerne etwas mehr wissen, um sicherzugehen, dass ich das richtig verstanden habe. Sie schrieben, wir finden keinen Beleg dafür, dass es in verschiedenen Altersgruppen aus dem gesamten 20. Jahrhundert Veränderungen in der Häufigkeit von belasteten Kindheitserfahrungen insgesamt gegeben hat. Für mich klingt das so, dass es keine Verbesserung bei der Anzahl von ACEs während des 20. Jahrhunderts gab. Können Sie etwas mehr dazu sagen? Ja, das ist buchstäblich, was wir feststellten. Nun, um auf Ihren ursprünglichen Punkt zurückzukommen. Wir denken gewöhnlich, dass das Elternverhalten besser geworden ist. Ich meine, das stimmt, wenn man die gegenwärtige Praxis mit der des 14. Jahrhunderts vergleicht. Veränderung ist offensichtlich langsamer, als man hoffen würde. Eine Sache, die ganz klar anders ist, ist die Medienaufmerksamkeit heute für solche Ereignisse, die 50 Jahre oder 100 Jahre zuvor nicht in den Medien aufgetaucht wären. Ja, das ist sicherlich richtig. Obwohl es eine Tendenz zur Aufbauschung von Kindesmisshandlungen in den Medien zu geben scheint, in denen über die entsetzlichsten Fälle berichtet wird, was so ähnlich ist, wie wenn man etwas sehen möchte, das hinter der Sonne liegt. Dadurch werden nämlich die häufigeren und schädlicheren Kindheitstraumatisierungen verdeckt, die in ihrer Studie genau beschrieben werden. Weil die Leute sagen, Mensch, da war doch dieser schreckliche Fall, wo das Kind 14 Jahre im Schrank eingesperrt wurde und so weiter. Aber ich denke, was sie aufzeigen, was gewaltig in den Medien vernachlässigt wird und natürlich versuche ich, mein kleines bisschen mit meiner Sendung das zu ändern, ist, dass wir wirklich die Gesellschaft nicht verstehen können, wenn wir nicht die Folgen dieser Art von Misshandlung verstehen. Das ist ganz sicher so. Was mich noch interessiert, ich meine, da ist so viel Faszinierendes in diesem Bericht, ist die Reduktion der Krankenkosten. Also, was ich verstanden habe, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich daneben liege, war, es ging nicht um förmliche Beratung, es war nicht Psychotherapie oder Psychiatrie, die angewendet wurde bei den Teilnehmern der Studie, aber es gab eine Art von Gruppenarbeit. Ich weiß, dass das im Übergewichtskurs war und in einigen anderen Kursen, mit denen Sie gearbeitet haben, die für mich erstaunliche Reduzierungen gebracht haben in Sachen wie Arztbesuche, Notaufnahmenbesuche und sogar in einem geringen Ausmaß Krankenhausaufnahmen. Könnten Sie mir etwas mehr darüber berichten, welche Art von Gruppenarbeit oder Gespräche die Leute bekamen, die diese Erleichterung zur Folge hatte? Vor allem sollte ich sagen, dass mit den meisten Leuten nichts anderes gemacht wurde, außer einmal über diese Erfahrungen zu sprechen im Verlauf einer vollständigen medizinischen Untersuchung. Was war die Frage nochmal, die Sie gestellt haben? War es, wie hat es Sie in den Jahren seitdem beeinflusst? Das war unsere generell nützlichste Reaktion. Mit anderen Worten, wir waren im Untersuchungsraum mit den Patienten und sagten etwas wie, ich sehe am Fragebogen, dass Sie als junge Frau vergewaltigt worden sind. Können Sie mir sagen, wie sich das später in Ihrem Leben ausgewirkt hat? Oder, nun, ich sehe am Fragebogen, dass Sie diejenige waren, die die Leiche Ihres Vaters gefunden hat, als er sich aufgehängt hat. Sagen Sie mir, wie sich das auf Ihr späteres Leben ausgewirkt hat. Die Antworten sind wirklich bemerkenswert und überraschend kurz. Das war im Wesentlichen die Art des Gesprächs, die wir führten. Und sie dauerte vielleicht zwei bis drei Minuten. Nur eine wirklich kleine Anzahl von Leuten wird jemals zu einem Psychiater überwiesen. Ja, sicherlich nahm eine kleine Minderheit von Leuten am Übergewichtskurs oder am Raucherkurs teil. Dort gab es eine Gruppe für zwei Stunden, jede Woche für mindestens 20 Wochen. Das war enorm wichtig. Und eines der Dinge, die wir beobachteten, war die Wichtigkeit, den Leuten einfach ein Unterstützungssystem zur Verfügung zu stellen. Teil einer Gruppe von einem Dutzend Menschen zu sein, Männern und Frauen, mit ähnlichen Problemen, weil die meisten von ihnen hatten keine funktionierenden Unterstützungssysteme zu Hause. Das hat uns völlig überrascht. Damals taten wir das, einfach weil es uns richtig erschien. Und dann kam eine externe Auswertungsfirma zu uns, zwei oder drei Jahre, nachdem wir unseren Fragebogen grundsätzlich überarbeitet hatten und wollte Milch als Vehikel nutzen, um Kaiser Permanente als Kunden zu gewinnen. Sie schenkten uns daher diese große Studie. Das war eine Studie, die zwei Jahre Arbeit brauchte. Ich meine, wir hatten eine Einrichtung mit hohen Durchflusszahlen. Sie umfasste die vollständigen medizinischen Unterlagen von über 120.000 Personen. Zu meinem absoluten Erstaunen kamen sie mit der Information zurück, dass es im Folgejahr der Untersuchung einen 35-prozentigen Rückgang der Arztbesuche gegeben hatte, einen etwas geringeren der Notaufnahmen und einen noch kleineren der stationären Aufnahmen. Die nächste Info war, dass nach zwei Jahren alles wieder auf die normalen Raten anstieg. Ach so, es gab eine Verbesserung für ein Jahr nach diesem paar Minuten Gespräch über die Traumatisierung und ihre Effekte. Und dann verschwand sie wieder. Die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, was haben sie getan und wie kommt es, dass der Effekt wieder verschwand? Nun, was wir getan hatten, war über die Dinge zu reden. Reden über Dinge, für die überwältigende Mehrzahl zum ersten Mal und es auf eine entspannte Art zu tun, sodass die Leute nicht das Gefühl hatten, wenn sie von uns weggingen, oh Gott, sogar für den Arzt war das zu viel, wie schrecklich das alles war. Langsam begann ich zu begreifen, das ist irgendwie interessant. Das ist nicht allzu verschieden von dem, was man in der katholischen Kirche tut und Beichte nennt. Diese Technik gibt es schon seit 1800 Jahren. Es ist ein kurzes Gespräch mit einer wichtigen Person über Dinge, über die man normalerweise nicht spricht. Es wird bestätigt, dass man immer noch eine anständige Person ist, man kann etwas dagegen tun und so weiter. Man braucht keinen Psychologen außerhalb des Beichtstuhles. Es gibt keine Überweisung irgendwo anders hin. Der ganze Prozess ist bemerkenswert kurz und dennoch legt sein Fortbestehen für 1800 Jahre nahe, dass er irgendeinen sozialen Vorteil gehabt haben muss, wenn er so lange Bestand hatte. Es ist erschreckend, wenn man über die Leute nachdenkt, die im Leben der Patienten wichtig waren. Die Ehemänner, die Väter, die Mütter und so weiter. Dass nur ein paar Minuten besorgten und auf eine Art neutralen Fragen so viel Entlastung bereiten konnte, dass aber im Alltag der Patienten diese Entlastung nicht eintrat. Und es ist so unglaublich tragisch, sich das klarzumachen. Das ist sicherlich richtig. Ich meine, Heimlichkeit hat einen enorm hohen Preis, aber sie ist sehr angenehm für die anderen Menschen. Und das ist ihre wirkliche Funktion. Genau, genau. Es ist schwer, sich auch nur die Geldsumme vorzustellen, die zusammenkäme bei einer Reduktion der Arztbesuche um 35 Prozent, der Notaufnahmen um 11 Prozent und 3 Prozent bei den stationären Aufnahmen. Das würde in die Milliarden gehen, würde ich schätzen. Ohne Frage. Und das ist ein zweischaltiges Schwert. Ich meine, da gibt es zwei Seiten dieser Tatsache. Wenn du ein einzelner Arzt mit eigener Praxis auf dem Land bist, wenn jemand mit wilder Begeisterung zu dir kommt und von einer 35-prozentigen Reduktion der Arztbesuche spricht, naja, vielleicht wird das nicht mit der größten Begeisterung aufgenommen werden. Wenn du, so wie ich, in einem geschlossenen System für ein festes Gehalt arbeitest, dann ist das möglicherweise von großem Interesse, weil das Budget für ambulante Behandlung von Kaiser Permanente in Südkalifornien beträgt 14 Milliarden Dollar im Jahr. Wenn das wiederholbar ist, und ich glaube, das ist es, sprechen wir über eine mögliche Einsparung von 4 Milliarden Dollar. Nun, auch hier gibt es eine zweischneidige Frage. Der naive Blick des Außenseiters würde sein, du liebe Güte, die Leute bei Kaiser Permanente müssen begeistert sein. Bei einem sorgfältigeren Blick aber würde man sehen, dass es nicht viele Verwaltungsleute gibt, die sich hinstellen und eine Einsparung von 4 Milliarden Dollar vorschlagen würden, weil sie richtig einschätzen, dass man sich an sie erinnert, wenn sie scheitern. Und was genauso richtig eingeschätzt wäre, dass sie eingestellt wurden, das Schiff auf Kurs zu halten und nicht rechtwinklig abzubiegen, um die Nordwestpassage zu entdecken. Es gibt also kontraintuitive Aspekte bei dieser ganzen Geschichte, meist an den unerwartetsten Orten. Die Rückkehr zur ursprünglichen Häufigkeit ließ sich recht einfach erklären, weil wir eine Gesamtkrankengeschichte führen. Alles, was passiert, ist darin enthalten. Und da sind unsere Aufzeichnungen mit lasergenauer Klarheit darüber, was in der Vergangenheit passiert ist und unsere Gedanken, wie das damit zu tun hat, was heute los ist. Sie hätten genauso gut mit unsichtbarer Tinte geschrieben sein können, weil fast niemals ein behandelnder Arzt sie beachtet hat und sie in die fortlaufende Betreuung einfließen ließ. Wenn Sie also zu Ihrem örtlichen Arzt zurückgingen, wurden die Fragen, die in der Kaiser permanente Untersuchung aufkamen, nicht behandelt. Ist das richtig? Ja, so war das. Niemand würde sich vorstellen, dass ein drei- bis fünfminütiges Gespräch langjähriges Leiden heilt, das zu dem Zeitpunkt schon psychologisch verankert ist. Ich würde nicht sagen, dass es Jahrzehnte heilt, aber es produziert eine bedeutsame und messbare Verbesserung des Zustandes. Es wäre interessant, wenn man die Gruppe unterteilen könnte in diejenigen, die in Psychotherapie gegangen sind, als Folge dieses Gesprächs. Aber ich bin mir sicher, es wäre sehr schwer, an diese Informationen zu kommen. Aber es wäre sehr interessant zu sehen, ob die Effekte davon dauerhaft gewesen wären oder sich im Laufe der Zeit vergrößert hätten. Ohne Frage. Nun, Sie haben gesagt, dass Ärzte sich auf eine Art gegen eine 35-prozentige Reduktion ihrer Termine wehren würden. Aber wenn ich die emotionalen Untertöne richtig aufgefasst habe, über die Sie sowohl in der Übergewichtsstudie als auch in der Kindheitstraumastudie schrieben, die Sie mir geschickt haben, da scheint es unter Ärzten eine Art Nervosität zu geben, was das betrifft. Ich meine, Sie haben es so formuliert, Patienten, die mit Symptomen kommen, aber nicht krank sind, also Leute, die körperliche Probleme haben, die für Sie sehr real sind, aber keine psychologische Basis haben. Ich würde denken, dass wenn Ärzte sich nicht damit herumplagen müssten, es muss ungemein stressend und zeitaufwendig und schwierig sein, dass Sie es vielleicht tatsächlich lieber hätten, wenn keine Patienten in Ihre Praxis kommen, die nicht mit medizinischem Wissen geheilt werden können, sondern eine andere Herangehensweise brauchen. Das ist alles richtig. Aber was Sie auslassen ist, dass es unangenehm ist, mit diesen Inhalten umzugehen. Folgende Geschichte gibt einen guten Einblick dafür. Denken Sie mal daran, dass der Redner bei Konferenzen typischerweise der Einzige ist, der alle Gesichter der Zuhörer sehen kann. Wenn ich diese Dinge vor großen Gruppen vortrage, mehrere hundert Ärzte, ist es eindrucksvoll, dass zuverlässig nach acht oder zehn Minuten das Ausmaß von Leid auf den Gesichtern eindeutig größer ist, als was man sinnvollerweise auf empathische Reaktionen zurückführen könnte. Es sieht ziemlich klar danach aus, als wären persönliche Geister wieder wachgerufen worden. Und oftmals kommen Leute nachher zu mir und bestätigen mir das ausdrücklich. Es ist schwer für mich, mit diesen Sachen umzugehen, weil ich selber belastende Kindheitserfahrungen erlebt habe, die ich nicht verarbeitet habe oder so. Ist es ungefähr so? Ganz genau. Ärzte sind vielleicht auch davon beeinflusst. Ich meine, wir haben diese seltsame Zweiteilung in unserer Gesellschaft, die bis auf die alten Griechen zurückgeht. So in etwa die Trennung zwischen Körper und Geist. Nach dem Motto, das alles ist im Geist, daher kann es nicht im Körper sein, als wären die beiden völlig getrennt. Oder wenn es im Körper ist, kann es keinen Ursprung im Geist haben, wenn man die beiden nicht als eine Art Ökosystem betrachtet. Ich denke, dass die Hirnforschung, die im Moment gemacht wird, ich habe kürzlich mit ein paar Leuten gesprochen, die diese Arbeit machen, das Ausmaß deutlich macht, indem das Gehirn durch frühe Erfahrungen geformt wird, sodass es ein anderes Gehirn wird, als es sonst geworden wäre. Sie zeigt, dass der Geist, das Hirn und der Körper gut mit einem Ökosystem vergleichbar sind, das sehr oft diese Art von Traumata verstärkt. Ich schätze, es wäre sehr schwer für Ärzte, zu ihren Patienten zu sagen, es ist zwar alles in ihrem Kopf, aber es ist doch nicht alles in ihrem Kopf, was eine Art ambivalente oder komplexe Aussage wäre, wenn Sie verstehen, was ich meine. Man kann diese Spaltung eigentlich gar nicht machen. Hier sind ein paar häufige Beispiele, die jeder kennt, über deren Konsequenzen man aber nie wirklich nachdenkt. Kalte Hände während nervlicher Anspannung zu bekommen, das liegt an der selektiven Verengung von Gefäßen, die Blut in die Haut der Hand leiten. Dasselbe gilt für Füße. Kalte Füße bekommen die Redewendung. Gleich werden bei Angst, dasselbe Prinzip. Selektive Verengung von Gesichtsgefäßen. Oder Rot werden, was selektive Erweiterung von Gesichtsgefäßen ist. Also es passiert etwas Emotionales im Gehirn, das diese eher grobe körperliche Reaktion verursacht, deren Physiologie gut erforscht ist. Das macht klar, dass es eine untrennbare Verbindung zwischen dem gibt, was im Geist vorgeht und was im Körper vorgeht. Und selbstverständlich, wenn es irgendwo in der Welt einen giftigen Stoff gäbe, der bei einem beträchtlichen Anteil von Leuten eine Verkürzung des Lebens um 20 Jahre verursachte, eine 45- oder 48-fach höhere Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen und so weiter. Ich meine, die Medien würden völlig durchdrehen darüber. Und es würden Leute vor das Parlament gezerrt werden und so weiter. Aber wenn sozusagen die giftigen Elemente im Leben eines Kindes die Bezugspersonen sind, scheinen die Leute ganz vorsichtiger zu werden und es ist ihnen unangenehm. Ja, ein verwandtes Beispiel wäre Übergewicht bei Kindern. Ich habe keine Kinder als Patienten, aber es beeindruckt mich, dass die allerwichtigste Frage, wenn ich mit übergewichtigen Erwachsenen arbeite, ist, wie alt waren sie, als sie anfingen, an Gewicht zuzunehmen. Die meisten Leute verstehen die Wichtigkeit der Frage nicht und haben kein besonderes Problem, ehrlich zu antworten. Die nachfolgende Frage ist, warum meinen sie, war es zu dieser Zeit? Warum nicht drei Jahre früher? Warum nicht fünf Jahre später? Warum dann? Und manche Leute wissen es und andere wollen es nicht wissen. Aber das ist tatsächlich der wichtigste Startpunkt. Und die Gleichzeitigkeit jenes Alters mit Elternverlust, typischerweise durch Scheidung, ist sehr auffällig. Und ich habe niemals etwas darüber in der Literatur gesehen. Ich schätze, das hat damit zu tun, dass so viele von uns geschieden sind, dass es wirklich ein sehr unangenehmes Thema ist und wir uns lieber davon fernhalten. Verstehe. Das ist eine gute Überleitung. Wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben, würde es mich freuen, wenn Sie ein bisschen mehr über die Übergewichtsstudien sprechen könnten. Ich werde einige Details über die ACE-Studien vor der Sendung veröffentlichen. Aber wenn Sie ein wenig oder eine ganze Menge, wenn Sie möchten, über die Übergewichtsstudie sprechen könnten, die ich auch außergewöhnlich faszinierend fand, weil es um etwas geht, das einem nicht intuitiv einleuchtet. Es sind Einsichten, bei denen Neues und Kreatives entsteht, die gegen die gewohnten Wahrnehmungen gehen. Aber die Korrelationen, die Sie zwischen bestimmten ACEs und Übergewicht gefunden haben, sind wirklich eindrucksvoll. Wie Sie sagen, es wird kein Baby fettgeboren. Die einzige Sache, die genetisch festgelegt ist, ist, wo das Fett auf den Knochen sitzen wird. Der Übergewichtskurs, der ein großer Kurs hier ist, war wirklich der Ursprung der ACE-Studie. Die ACE-Studie wurde tatsächlich begonnen, um herauszufinden, ob die Dinge, die wir bei Übergewichtigen fanden, auch in der allgemeinen Bevölkerung vorkommen. Und wenn ja, welche Art von langfristigen Konsequenzen sie haben. Und wenn ich von den Dingen spreche, die wir bei unseren Übergewichtigen fanden, spreche ich über unerwartete und frühe belastende Kindheitserfahrungen. Da gibt es einen unvergesslichen Fall. 1985 kommt eine 29 Jahre alte Frau zu uns. Können Sie mir mit meinem Problem helfen? Unser erster Fehler war, ihre Problemdefinition zu übernehmen. Sie wog 185 Kilo, also kümmerten wir uns darum. Wir sagten ja und brachten sie in 51 Wochen von 185 auf 60 Kilo. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Das ist die 400-Kalorien-Diät mit korrekten Elektrolyten und Mineralien und Ergänzungen und so weiter. Das ist die fast verhungernde Diät ohne medizinische Schäden, richtig? Genau. Und wir gingen natürlich davon aus, dass es fantastisch war, dass wir so etwas konnten und so weiter. Sie bleibt auf diesem Gewicht für einige Wochen und dann, in einem Zeitraum von drei Wochen, nimmt sie 17 Kilo zu. Was ich vorher gedacht habe, sei physiologisch unmöglich. Bei der Frage nach dem Warum stellt sich heraus, dass sie im Schlaf ist. Sie aß in einem Zustand des Schlafwandelns und zwar sehr große Mengen, größere Mengen, als vielleicht im Wachzustand aufgenommen werden können. Und das fiel zusammen mit dem Tag, an dem ein Typ sie auf der Arbeit angebaggert hatte. Das war schon mal interessant und als wir dem nachgingen, ich meine, das schien eine ziemlich extreme Reaktion auf Anbaggern zu sein, kam eine lange Inzestvorgeschichte mit ihrem Großvater zum Vorschein. Und plötzlich ist sogar ihre Berufswahl verständlich. Sie ist eine Krankenpflegehelferin im Nachtdienst in einem Altenheim. Was bedeutet, dass sie dafür bezahlt wird, die ganze Nacht auf den Beinen zu bleiben, während die alten Leute im Bett sind. Oh Mensch, das ist beinahe so, als würde die Amygdala aufstehen, um sich zu stärken. So tief ist das im Kampf- oder Fluchtreflex verankert. Ja, sie ist also schnell wieder bei über 181 Kilo und verschwindet für zwölf Jahre. Dann kommt sie wieder und nimmt an einer Gruppe teil, die wir für Leute veranstalten, die 180 bis 270 Kilo nehmen. Nachdem sie ungefähr zwei Monate an dieser Gruppe teilgenommen hat, kommt sie zu mir und gibt bekannt, dass ihre Familie 20.000 Dollar gesammelt hat, damit sie eine Übergewichtsoperation machen kann. Sie lässt die Operation machen und an einem Punkt, an dem sie 44 Kilo verloren hat, wird sie unbehandelbar suizidal. Sie kommt während des folgenden Jahres fünfmal ins Krankenhaus, bekommt drei Elektroschockbehandlungen, um die Suizidalität in den Griff zu bekommen und so weiter. Und dann in einem langen Videointerview sagt sie klar, als Antwort auf die Frage, warum ist all das passiert? Warum diese Suizidalität? Ihre Antwort war, das Gewicht schwand schneller, als ich es vertragen konnte. Meine Mauer zerbröckelte. Meine Mauer zerbröckelte. Also das Fett ist auf eine Art ein Schild gegen unerwünschte Sexualität, die das Trauma der Vergangenheit wachruft. Übergewichtig ist übersehen, nicht wahr? Genau. Dick zu sein war nicht das Problem. Dick zu sein war nur das Anzeichen für das Problem. In Wirklichkeit war es eine sehr reale Lösung. Und erinnern Sie sich? Oder wissen Sie, wie es mit dieser tapferen und gequälten Frau weitergegangen ist? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das Videointerview mit ihr, das ich habe, es ist ungefähr eine Stunde lang. Sie ist nun Anfang 40 und sie ist relativ dünn, ungefähr 110 Kilo und es geht ihr gut, als sie spricht. Und der Grund, warum es ihr gut geht, ist, dass sie weiß, dass sie bald sterben wird. Und der Grund, warum sie sterben wird, ist, dass sie in der Zwischenzeit eine Krankheit bekommen hat, die Lungenfibrose genannt wird. Vor zehn Jahren wäre Lungenfibrose ein eindeutiges Beispiel für eine ausschließlich organische Krankheit des biologischen Organismus gewesen. Es ist keine Ursache dafür bekannt, es hängt nicht mit Rauchen zusammen oder mit Luftverschmutzung und so weiter. Niemand weiß, warum. In den letzten Jahren ist es klar geworden, dass zumindest eine erhebliche Minderheit von Lungenfibrose mit schwerem, ungelöstem, chronischem Stress zusammenhängt. In einem solchen Fall entwickelt sich ein hoher Kortisonspiegel. Das ist schon an sich problematisch, wie man von Patienten weiß, die Kortison als Medikament gegen rheumatische Gelenkschmerzen nehmen und die nach einer Weile deswegen Probleme bekommen. Darüber hinaus entwickelt sich in einer Anzahl von Fällen ein entzündlicher Prozess in der Wand kleiner Blutgefäße, der diese Gefäße verstopft und zum Absterben der von ihnen versorgten Gewebe führt. Es ist also so, dass wenigstens in einer erheblichen Minderheit der Fälle die endgültige Vernarbung der Lungenfibrose auf entzündliche Prozesse zurückgeht nach Jahrzehnten chronisch schweren Stresses. Und Kortisol, ich meine, wurde von einigen Forschern der McGill-Universität als eine der Ursachen dafür genannt, warum Menschen mit einer Vorgeschichte von erheblicher Kindesmisshandlung eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, Krebs zu bekommen, weil das Kortisol die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigt, die Krebszellen zu entdecken und zu zerstören. Ich spreche als kompletter Amateur ohne Absicherung, aber das ist, was ich von der Studie mitgenommen habe. Nein, 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 das ist schon richtig. Ein eindeutiges Beispiel davon, das vielen vertraut sein wird, ist, wenn jemand dauerhaft auf Immunsuppression ist, zum Beispiel als Folge einer Organtransplantation, dass seine Wahrscheinlichkeit von bösartigen Fehlbildungen wegen der dauerhaften Immunsuppression höher ist. Man kann es auch so sagen. Bei jedem von uns schwimmen jeden Tag ein paar Bakterien in unserem Blut. Man putzt sich die Zähne, ein kleiner Schnitt, eine heftige Darmbewegung, egal was. Und schon kommen ein paar Bakterien ins Blut. Unser Immunsystem verarbeitet das und wir bemerken nichts davon. Dasselbe gilt für bösartige Fehlbildungen. Wir alle entwickeln sehr selten bösartige Zellen und die werden beseitigt. Wenn man Krebs bekommt, heißt das eines von zwei Dingen. Entweder ist die Häufigkeit der Entstehung von bösartigen Zellen bedeutsam erhöht, weil man krebserregenden Stoffen wie starkem Rauchen oder so ausgesetzt war, oder etwas beeinträchtigt die Fähigkeit des Immunsystems, diese abnormen Zellen zu beseitigen. Und das ist der Fall, wenn man über lange Zeit einen erhöhten Cortisolspiegel im Blut hat oder andere Immunosuppressiva, wie man sie nach einer Organtransplantation gibt. Verstehe. Auch ein anderes Thema fand ich interessant. Und es ist ein sehr heikles Thema, wie alles, was wir hier besprechen. In der Übergewichtsstudie sprachen Sie über die unerkannten und nicht benannten Vorteile von Übergewicht. Wir haben das schon angeschnitten, aber ich würde mich freuen, wenn Sie etwas mehr darüber sagen können. Ja, das ist wirklich interessant. Jede Woche, jeden Donnerstagabend und wenn Sie jemals nach San Diego kommen, sagen Sie mir vorher Bescheid, weil Sie mitkommen könnten und das mit eigenen Ohren hören könnten. Jeden Donnerstagabend haben wir hier eine Gruppe von Leuten, die sich für die Teilnahme am Übergewichtskurs interessieren. Und ich sage den Leuten, dass ich Ihnen jetzt, statt den Ablauf des Kurses zu beschreiben, lieber eine kostenlose Probesitzung gebe. Wir würden mit Ihnen Sachen machen, die typisch für den Kurs sind und dann könnten Sie anhand dessen entscheiden, ob Sie am Kurs teilnehmen möchten oder nicht. Und ich erkläre Ihnen, dass dieselben Dutzend Leute sich jede Woche für zwei Stunden treffen mit demselben Berater und dass wir im Wesentlichen daran arbeiten, bestimmte Fragen in der Gruppe zu beantworten, die wir im Laufe der Behandlung von 30.000 Leuten als hilfreich entdeckt haben. Und dies ist die erste Frage. Sagen Sie mir, warum, nicht wie. Das wie ist offensichtlich. Sagen Sie mir, was glauben Sie, warum Leute dick werden? Die Antworten sind spektakulär. Stress, Depression, die Leute lassen dich in Ruhe, Männer lassen dich in Ruhe. Wenn ich das höre, denke ich, was ist los? Lesen Sie nicht die Zeitschrift vom Supermarkt, dass ihr Stoffwechsel gestört ist? Die Leute schieben es nicht auf die Genetik. Die Leute schieben es nicht auf Fertigessen oder auf Mais-Sirup. Doch schon, aber nur vielleicht alle drei Wochen. Okay, die zweite Frage. Wir alle wissen, ich meine, das wissen wir hier wirklich, dass Leute, die Gewicht verlieren, manchmal alles wieder zunehmen. Wenn nicht noch mehr. 45 Kilo abnehmen, 55 Kilo zunehmen. Wenn das passiert, warum passiert das? Und immer werden ein paar Leute schnell antworten, weil, wenn du nicht mit dem zugrunde liegenden Problem fertig wirst, wird es wiederkommen. Das ist eine ziemlich tiefe Einsicht. Es tut mir leid, Sie zu unterbrechen und ich möchte gerne, dass Sie weiterreden, aber es ist mir immer wieder beim Lesen aufgefallen, wie unglaublich nahe wir jederzeit in unserem Leben der Wahrheit sind. Es bedarf nur einer intelligenten, verbindenden Frage, damit alles rauskommt. Es ist nicht wie die Suche nach Gold in der Arktis. Es liegt offen da, wenn man nur eine Frage stellt. Das ist sicherlich richtig und es ist in vielen Redewendungen versteckt. Dazu komme ich gleich. Also, es kommt immer diese Antwort aus der Gruppe. Wenn du nicht die zugrunde liegenden Probleme angehst, kriegst du das Gewicht zurück. Vielleicht in 60% der Sitzungen sagt jemand, dass es zurückkommt, weil starke Gewichtsreduktion bedrohlich ist. Normalerweise für die Person, die das Gewicht verliert, aber manchmal geht es um nahestehende. Die dritte Frage, welches sind die Vorteile vom Dicksein? Das ist natürlich hässlich formuliert. Wir fragen nicht schwer sein, nicht übergewichtig, nein, dick sein. Die Antworten passen immer in drei Kategorien. Es schützt dich vor Sex. Das ist leicht zu verstehen. Es schützt dich vor Angriffen. Denken Sie an den Ausdruck, sein Gewicht in den Ring werfen. Sie meinen eine Art Einschüchterungsfaktor? Ja, ja, genau. Ich erinnere mich daran, dass wir vor Jahren zwei Männer im Kurs hatten, die jeder zwischen 45 und 70 Kilo verloren hatten. Sie waren Gefängniswärter und sie redeten nicht drumherum, dass sie sich unwohl fühlten, mit Normalgewicht zur Arbeit zu gehen. Sie fühlten sich viel sicherer, wenn sie groß wie ein Schrank aussahen. Und die dritte Kategorie ist, es schützt dich sozial. Die Leute erwarten weniger von dir. In welcher Weise? Wie zeigt sich das? Das hat mich etwas verwirrt. Okay. Nehmen wir an, Sie seien eine unverheiratete Frau mittleren Alters und Sie haben verheiratete Freunde. Wie würden Sie akzeptabler für diese verheirateten Freunde sein? Schlank oder übergewichtig? Ach so. Sie würden einen weniger drängen, zu heiraten und Dinge zu tun, die einem vielleicht zuwider sind. Sie würden einem keine Leute vorstellen und so weiter. Genau. Alle diese Dinge. Was soziale Erwartungen angeht, ich kann nicht laufen, es ist wirklich zu schwer für mich, diese Treppe raufzusteigen, um da hinzukommen. Man erwartet weniger von dir bei der Arbeit. Das ist vielleicht nicht fair, aber wenn du mit 180 Kilo zur Arbeit kommst, denken die Leute unbewusst, dass du irgendwie dumm oder langsam oder ineffektiv oder unzuverlässig bist. Es werden also in verschiedener Hinsicht soziale Erwartungen verringert. Sie sind vielleicht nicht jemand, der die Erwartungen an ihnen verringert sehen möchte, aber es gibt viele Menschen, die das wollen. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber es fiel mir auch auf, dass, wenn es so ist, dass bei einer bedeutsamen Anzahl von Übergewichtigen, insbesondere bei Frauen, irgendeine Art von sexueller Belästigung oder Ausbeutung in der Vergangenheit begraben ist, oder sozusagen unter dem Fleisch, dass der Gewichtsverlust, wie wenn eine Leiche im Sand bei Ebbe sichtbar wird, Erinnerungen und Probleme freilegt und dass dann die Familie auf eine Art nicht möchte, dass die Person abnimmt. Das mag sehr unbewusst geschehen, weil sonst die Untaten der Vergangenheit offenbar werden könnten. Das ist alles richtig. Also sollten Sie jemals an einem Donnerstag in San Diego sein, sagen Sie mir Bescheid. Es könnte sich lohnen, mal dabei zu sein und es mit eigenen Ohren zu hören. Es ist wirklich außergewöhnlich. Wirklich, die Wahrheit ist vor unseren Augen. Jeder hat die Antworten. Man muss nur die Frage stellen. Die meisten Menschen jedoch gehen durch ihr ganzes Leben und sind umgeben von Leuten, die behaupten, sie zu lieben, die aber niemals diese grundlegenden Fragen stellen, die so ungemein befreiend sein können. Ich glaube, die Menschen mit dieser Art von Belastung spüren jeden Tag die Abwesenheit dieser Fragen. Richtig, diese Dinge werden auch in Kinofilmen gezeigt. Ein paar Jahre zuvor gab es den Film Ein Weihnachten zu Hause mit einer Person namens John Candy, der ein ziemlich übergewichtiger Schauspieler ist, der später an den Folgen des Übergewichts gestorben ist. Ein Weihnachten zu Hause zeigte eine Familie, die an Weihnachten zusammen kam. Obwohl er als Komödie beworben wurde, ist es ein todernster Film. Es wird gezeigt, wie die Familie zusammen ist. Ein Paar hat sich in einen Alkoholkoma zurückgezogen. Onkel Hans versteckt sich hinter einer Wolke von Zigarrenrauch. Andere Leute fressen sich bewusstlos. Und so weiter. Ein Teil der Motivation dafür, dass an Feiertagen so viel gegessen wird, ist nicht die Freude am Essen, sondern das Leid, das aus der Kluft resultiert zwischen dem, was erhofft wird, und dem, was tatsächlich stattfindet. Verstehe. Sie haben auch die psychoaktiven Eigenschaften von Nahrung erwähnt. Ich weiß nicht viel darüber, aber das ist interessant. Weil wenn Nahrung eine Art ist, sich selbst zu medikamentieren, sollte sie psychoaktive Eigenschaften haben, so wie Drogen und Nikotin und wohl auch Koffein. Was sind diese Eigenschaften von Nahrung? Nun, wenn man kurz darüber nachdenkt, dann steckt es in dem Ratschlag, setz dich und iss erst mal, dann geht es dir besser. Für viele Menschen ist Essen eine wirksame und leicht verfügbare Art, Angst und Ärger zu dämpfen und Depressionen zu lindern. Nikotin hat dieselben Eigenschaften. Ja, es gibt anscheinend Vermutungen dahingehend, dass Nikotin Botenstoffe im Gehirn ersetzt, deren Ausschüttung durch Kindheitstraumata gehemmt wird, sodass es eine sehr präzise Form der Selbstmedikation ist. Ja, es gibt zwei große Kategorien neuronaler Rezeptoren im Gehirn. Eine ist die Kategorie der Rezeptoren, die auf Nikotin reagieren. Die andere ist die Kategorie, die auf Muscarine reagiert. Nikotin beeinflusst also eine ziemlich große Bandbreite von Nervenaktivitäten. Ein einfacheres Beispiel ist die Friedenspfeife der Indianer. Die haben bestimmt nicht Eichenblätter oder Moos geraucht. Sie haben gezielt Nikotinblätter angezündet. Ja, und wenn es einem Erleichterung von den Symptomen von Kindesmisshandlung verschafft, dann sind die Symptome bei Nikotinentzug nicht nur biochemisch, sondern erlegt, wie ich schon sagte, wie die Ebbe die Leiche im Sand frei. Genau, genau. Und daher ist ein häufiger Ersatz für Nikotin Essen. Daher nehmen so viele Leute zu, wenn sie mit dem Rauchen aufhören. Stimmt. Es hat mich fasziniert, dass jede Abnehmpille bis auf eine starke antidepressive Wirkung hat. Ja, genau. Es gibt eine ganz neue Generation von Abnehmpillen, die Fettaufnahmehemmer sind. Eine ziemlich simple Idee, aber die Beobachtung bezüglich der antidepressiven Wirkung ist wichtig. Es fing 1932 an mit einem Amphetamin und man hat danach alle möglichen Varianten davon ausprobiert. Die einzige Ausnahme bildet eine Kombination aus einem starken Antidepressivum und einem starken angstlösenden Wirkstoff. Sie haben herausgefunden, dass die zwei wichtigsten Faktoren, die vorhersagten, wer Gewicht, das er abgenommen hatte, wieder zunahm, Kindesmisshandlungen in der Vorgeschichte und gegenwärtig mit einem Alkoholiker verheiratet zu sein waren. Was sie bei jedem zweiten Absatz in ihren Artikeln einer empfindlichen Seele Schauer den Rücken herunterjagt. Diese Faktoren haben natürlich nichts mit Ernährung oder Sport zu tun, sondern sind Umweltfaktoren, die eine Wiederholung früherer Traumatisierungen sind. Sie sprechen da ein interessantes Thema an. Es ist unangenehm, sich mit den gravierenden Hintergründen von Übergewicht zu beschäftigen. Dieses unangenehme Gefühl wird oftmals zugedeckt, indem man den Patienten schnell zu einem Ernährungsspezialisten überweist. Als würde man aus einem Mangel an Wissen dick sein, nach dem Motto, wir müssen dir beibringen, wie man richtig isst. Wenn wir uns an die Patientin erinnern, die mit 23 Jahren vergewaltigt wurde und im nächsten Jahr 50 Kilo zunimmt, dann würde diese Art zu denken bedeuten, dass sie offensichtlich wusste, wie man richtig isst, weil sie dünn war. Und als sie vergewaltigt wurde, fiel dieses Wissen aus ihrem Kopf heraus. Genau. Nun, Typ 2 Diabetes heilen? Das ist fast unglaublich. Das ist sicherlich ein spannendes Thema. Nur wenige Ärzte wissen davon. Die meisten verschwenden keine Zeit, darüber nachzudenken, selbst wenn sie glauben, dass es möglich ist. Weil sie sagen, ja klar, ich meine, wie kriegt man 50 Kilo von jemandem runter? Aber wir haben es erlebt. Wir untersuchten alle 320 Patienten mit Diabetes 2, die während einer Phase zu uns kamen. Und siehe da, am Ende des Kurses betrug der durchschnittliche Gewichtsverlust 28 Kilo. Und am Ende des Kurses waren es über 70 Prozent, die nicht mehr die diagnostischen Kriterien für Diabetes erfüllten. Das bedeutet nicht, dass sie besser eingestellt waren oder sowas. Nein, sie hatten keine Diabetes mehr. Erstaunlich. Schon allein der Gedanke, dass man Diabetes wirklich loswerden kann und dann noch durch diese Art Kurs, den sie durchführen, wo sie sich auf psychologische oder lebensgeschichtliche Ursachen konzentrieren. Vom Gedanken, dass Essen eine Art Selbstmedikamentierung wegen Traumatisierung ist, bis hin zur Heilung von Diabetes, das ist eine ziemlich lange Kette. Aber die Daten scheinen das völlig zu bestätigen. Es ist sehr großzügig von Ihnen, sich so viel Zeit zu nehmen. Ich wollte mit einem Satz von Michael Valente enden, den Sie zitiert haben. Patienten suchen den Arzt auf, weil sie Angst haben und Ärzte untersuchen Patienten, weil sie krank sind. Das ist das Problem zwischen den beiden. Nun, wir könnten stundenlang über dieses eine Zitat reden, weil es meines Erachtens einen wichtigen Teil ihrer Arbeit gut zusammenfasst. Könnten Sie mehr darüber sagen, warum dieses Zitat für Sie so wichtig ist? Mir gefällt es auch sehr gut. Nun, wir arbeiten oft aneinander vorbei. Wir arbeiten nicht am selben Problem. Was der Arzt als Problem ansieht, kann für den Patienten eine Lösung sein. Ich habe zum Beispiel bisher niemanden getroffen, der zwei bis drei Packungen Zigaretten am Tag raucht, um Lungenkrebs zu bekommen oder Herzprobleme oder Blasenkrebs. Man raucht wegen des guten Gefühls, wegen der psychoaktiven Effekte des Nikotins, das Angst, Depression, Appetit und Ärger dämpft, was gut in der medizinischen Literatur belegt ist, besonders in den ersten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts. Das Interesse, diese Effekte weiter zu untersuchen, hat im letzten Drittel des Jahrhunderts nachgelassen, als der staatliche Angriff aufs Rauchen losging. Hier in Kalifornien ist es sehr schwer geworden, in Ruhe zu rauchen. Es ist verboten in Bürogebäuden, Hotels, Kneipen, Restaurants und so weiter. Man kann noch nicht mal an einem öffentlichen Strand rauchen, um Himmels Willen. Die interessante Beobachtung dabei ist nun, dass trotz des immer heftiger werdenden staatlichen Angriffs aufs Rauchen der Zigarettenkonsum in den letzten 13 Jahren nicht gesunken ist. In den USA rauchen ungefähr 22 Prozent. Die große Verringerung des Rauchens fand in den 60ern und 70ern statt, als der erste Bundesgesundheitsbericht veröffentlicht wurde. Da haben alle beiläufigen Raucher aufgehört. Die Leute, die nicht aufgrund erheblicher früher Traumatisierung rauchten, konnten ihre Gewohnheiten ziemlich leicht aufgeben. Aber es gibt einen harten Kern von Leuten, die es als Medikament brauchen, solange sie nichts anderes haben. Genau. Und die gewollten Folgen des Nikotins stellen sich nach 15 bis 20 Sekunden ein, während die Nachteile, die erheblich sind, erst in 15 bis 20 Jahren auftreten. Auch wir würden wohl, wenn wir mit ernsthaften Problemen in der Gegenwart konfrontiert sind, unsere Zukunft hergeben, um unmittelbare Erleichterungen zu bekommen. Ja, und wenn man in einem belasteten Haushalt aufgewachsen ist, ist es leider so, dass man nicht viel Belohnungsaufschub gelernt hat. Gut gesagt. Nicht jeder will ein lebenslänglich in der ganzen Länge absitzen. Ja, genau. So ist es sehr drastisch ausgedrückt. Ich erinnere mich daran, dass bei der dritten Frage in dem Informationstreffen für den Übergewichtskurs, Was sind die Vorteile davon, fett zu sein, ein Kerl in der hinteren Reihe, der bis dahin noch nichts gesagt hatte, herausplatzte, Es dauert nicht so lange. Was dauert nicht so lang? Dein Leben. Das ist völlig richtig. Wir achten nicht darauf, aber Depression ist ein riesiges Thema hinter Übergewicht. Ich habe niemals jemanden getroffen, der aus Freude dick geworden ist. Mit dieser Einstellung ist Leben eine Krankheit, die man mit Fressen heilen kann. Das ist eine erschütternde Sichtweise. Ich beschäftige mich mit diesen Informationen erst seit kurzer Zeit, obwohl ich schon seit mehreren Jahren daran arbeite, Menschen die Zusammenhänge zwischen früherem Trauma und heutigen Störungen deutlich zu machen. Ich finde, es ist klar, dass diese Informationen einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden müssen. Freud war der Erste, der feststellte, dass bestimmte Krankheiten, zum Beispiel, was man früher Hysterie nannte, ihre Ursachen in Kindheitstraumata haben. Das ist nun über 100 Jahre her und es scheint immer noch so einen großen Widerstand dagegen zu geben, diese Informationen bekannt zu machen. Haben Sie Vorschläge oder Gedanken, wie man diese Informationen weiter verbreiten kann? Ich hoffe, dass ich einen fähigen Autor finde, der bereit wäre, ein Buch für die Allgemeinheit über die ACE-Studie zu schreiben. Und der Titel, den ich vorschlagen würde, wäre Gold in Blei verwandeln. Und der Untertitel wäre Die Studie über belastende Kindheitserfahrungen. Ja, das ist ein passender Titel. Wenn es darum geht, etwas sinnvoll Präventives zu tun, und wir haben darüber viel nachgedacht, meine Überzeugung ist, dass die sinnvollste präventive Maßnahme wäre, herauszufinden, wie man die Fähigkeit, ein guter Elternteil zu sein, verbessert. Mir ist dabei völlig klar, dass es Menschen geben wird, die ihre Kinder ermorden oder auf andere Weise zugrunde richten. Und wir können die nicht im Vorhinein herausfinden. Aber es gibt eine große Menge Menschen, die in ihrer Kindheit unterstützendes Elternverhalten nicht selbst erlebt haben und die es besser machen wollen und die es vielleicht besser machen, wenn sie nur wüssten, wie gesundes Elternverhalten aussieht. Die Frage ist daher, wie kann man diese Information günstig verbreiten und so, dass sie angenommen wird? Und wie vermeidet man Probleme wie Die verdammte Regierung wird mir nicht vorschreiben, wie ich mein Kind zu erziehen habe. Und der eine Gedanke, der mir immer wieder kommt, ist das enorme Potenzial, dass Fernsehserien haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Erläutern Sie das. Kein Problem. Riesige Zuschauerzahlen. Es kostet nichts und es handelt sich um saftige Themen, die von fähigen Autoren bearbeitet werden. Was wäre, wenn man in die Handlung einer Feierabendserie eine Illustration zerstörerischen Elternverhaltens einwebt und wie es sich im Laufe der Zeit auswirkt und wenn man dem eine Illustration unterstützenden Elternverhaltens und wie sich das im Laufe der Zeit auswirkt gegenüberstellt. Die Grundidee ist, keinen Unterricht zu machen, sondern eine Geschichte zu erzählen. Nicht wahr? Damit unterfliegt man das Radar der psychischen Abwehr der Zuschauer. Ja, und die Mehrheit der Zuschauer wäre natürlich Mütter, die zu Hause sind und die Hand, die die Wiege wiegt, schnitzt die Zukunft, beherrscht die Welt oder wie immer man das ausdrücken will. Nicht wahr? Ja, ich suche also nach jemandem, der interessiert wäre, ein Pilotprojekt zu starten und das auszuprobieren. Wenn man an den enormen Einfluss denkt, den Fernsehsendungen auf Kinder haben, Sesamstraße, Sendung mit der Maus und so weiter. Ich spreche von derselben Idee, nur für Erwachsene. Nun, da bin ich arm in arm mit dir, Bruder, wenn es um die Notwendigkeit dafür geht. Wir können nur durch verbessertes Elternverhalten eine bessere Welt schaffen. Was wir im Nachhinein erreichen können, nachdem das Gehirn die Bahnen ausgebildet hat, die es dann nun mal hat, das ist ein so aufwendiges Projekt, dass in diesem Fall ein Pfund Prävention eine Tonne Heilung wert ist. Daher stimme ich Ihnen zu, dass die Verbesserung des Elternverhaltens das drängendste Problem ist. Insbesondere, da Sie sagen, dass die Anzahl der ACEs sich nicht spürbar vermindert hat in den letzten 100 Jahren. Und wenn wir uns den Fortschritt ansehen, den wir in den dunklen Künsten des Krieges und der Waffenherstellung gemacht haben und ihn vergleichen mit dem fehlenden Fortschritt in der sonnigeren Kunst des Elternverhaltens, dann befinden wir uns in einem ziemlich intensiven Wettrennen. Ja, ich meine, vor genauso langer Zeit ist Elektrizität ins Rampenlicht getreten. Ja, wir sind bis zum Mond und zurückgekommen und wir können nicht dasselbe genauso zuverlässig tun, wenn es darum geht, die Herzen unserer Kinder zu erreichen. Genau. Ich würde Ihnen gerne von einem kanadischen Psychologen erzählen. Ich meine, er lehrt an der Universität von British Columbia. Er heißt Bruce Alexander. Nur zu? Er hat die sogenannten Rattenpark-Experimente gemacht. Wenn ich mich mit dem Thema Sucht auseinandergesetzt habe, haben mich immer diese Experimente gestört, in denen man Ratten in einem Käfig hält und man gibt ihnen Wasser oder Wasser mit Heroin zur Auswahl. Und sie wählten das Wasser mit dem Heroin. Und das sollte die Vermutung nahelegen, dass Heroin etwas hatte, das süchtig macht. Und Bruce Alexander hat diese überraschende Idee, dass vielleicht eine Ratte in einem Käfig, auch wenn es ein sauberer Käfig in einem warmen Raum ist und drei ordentlichen Mahlzeiten am Tag, dass diese Ratte vielleicht nicht in einem friedlichen Setting lebt, sondern dass sie ein äußerst gestresstes Tier ist. Und dass das einen Unterschied macht. Und was er nun macht? Er baut einen sogenannten Rattenpark. Eine eingezäunte Landschaft mit Erde, Steinen, Büschen und Müll und so weiter. Einen hübschen, gemütlichen Platz für eine Ratte. Und interessanterweise, wenn man die Ratten zwischen Wasser und Wasser mit Heroin wählen lässt, ist das Wasser mit Heroin nicht beliebter. Also, wenn Sie mal über Sucht nachdenken sollten, können Sie sich ihn als interessanten Mann merken. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, das hat so viel mit Desmond Morris und seinem menschlichen Zoo zu tun, wovon er da sprach, dass moderne Städte oder sogar moderne Familien in einem Sinne nicht artgerecht sind. So ähnlich wie Zoos für Tiere und dass Zoos Störungen bei den Tieren verursachen, insbesondere sexuelle Störungen. Und dass das ebenso auf uns zutreffen könnte in diesen stressreichen Umgebungen, in denen so viele von uns aufwachsen und leben. Ich werde Ihnen einen Link zum Video und zur Tonaufnahme dieses Interviews senden. Ich meine wirklich, dass die Arbeit, die Sie und Ihre Kollegen mit diesem ACE-Material tun, unglaublich wichtig ist. Ich meine, da gibt es eine Menge bedeutsamer Theoriearbeit, die schon seit 10 oder 20 Jahren gemacht wird. Und ich habe neulich mit Stuart Schenker von der York-Universität, mit Alison Gopnik gesprochen, um so weit wie möglich zu verbreiten, das Ausmaß, in dem ein Leben durch frühes Trauma dominiert wird. Es ist unmöglich, Streit, Kriminalität, Aggressionen, Missbrauch und Suizidalität zu verstehen, ohne dass man diese dunklen und unsichtbaren Wurzeln betrachtet. Diese Kammern der Seele, die wir niemals sehen, welche die frühen Kindheitserfahrungen sind. Und je mehr wir sozusagen diese Knochen ausgraben, desto besser ist es. Eltern wollen ihren Kindern das im Grunde nicht antun. Sie nehmen den Stress und die Mühen der Schwangerschaft und der Geburt und das Aufziehen, das nächtliche Aufstehen nicht auf sich, damit sie ihre Kinder quälen können. Das wäre ja eine teuflische Sicht auf die Natur des Menschen. Ich glaube, sie haben recht. Es liegt an der Abwesenheit positiver Elternvorbilder. Und die meisten Leute haben das Wissen schon. Wenn man sie fragt, was gutes Elternverhalten ist, geben sie die richtigen Antworten. Aber es gibt eine so große Kluft zwischen Theorie und Praxis, wenn man den Leuten nur klar machen könnte, was sie ihren Kindern antun, wenn sie sie Traumatisierungen aussetzen, was sie der Welt als Ganzes antun. Ich glaube wirklich, dass die Leute sich ändern werden. Ich glaube, dass das den Leuten noch nicht klar ist. Man glaubt, dass Kinder unglaublich widerstandsfähig sind. Und das scheint wirklich nicht der Fall zu sein. Wie gut funktionierend sie als Erwachsenen auch erscheinen mögen. Auf der neurologischen Ebene ist die Widerstandsfähigkeit einfach nicht vorhanden. Das ist sicherlich richtig. Eine Frau namens Emmy Werner hat viel über Resilienz veröffentlicht. Und eine der Sachen, an die ich mich von ihren Büchern erinnere, ist die Beobachtung, dass sie in einer Stichprobe von Personen, die sie als hoch widerstandsfähig angesehen hatten, anders gesagt, denen es an gewöhnlichen Maßstäben gemessen gut ging, trotz schrecklicher Vorgeschichten, schockiert und überrascht waren, wie viele körperliche Krankheiten diese Gruppe aufwies. Richtig. Und wie wir am Anfang unserer Unterhaltung gesagt haben, handelt es sich bei der Stichprobe der Kaiser Permanente Studie, um Personen, die in der Lage waren, sich eine richtig gute Krankenversicherung zu leisten, die gute Sprachkompetenz hatten, die Fragen stellen und leicht Antworten geben können. Und dennoch kommen bei ihnen diese Art von Problemen sehr häufig vor, die objektive gesundheitliche Einschränkungen nach sich ziehen. Es ist erschütternd, sich vorzustellen, wie viel schlimmer es für die ist, die ökonomisch weiter unten stehen. Gut, ich danke Ihnen erneut sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe es wirklich sehr gerne gemacht.